Ja, jetzt gibt's erstmal Keile. Hört auf, euch zu streiten! Nein! Aus! Pfui! Pfui, Pfui! Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Planet Zoo im Franchise-Modus der Beta. Wir sind hier gerade dabei, weiterzubauen am neuen, besseren Flusspferdgehege. Das Ganze soll wunderschön aussehen und natürlich auch ausbruchssicher sein. Aber das war schon irgendwie auch so ein Highlight damals, wo die Flusspferde da aus dem Gehege rausgeglitscht sind. Das war auch echt lustig. Wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet auf YouTube. Weiß nicht, das war glaube ich die zweite Folge sogar schon von der Beta oder die dritte. Das war auf jeden Fall eine der ersten Folgen, die da kamen. Das war sehr lustig, wie das Flusspferde einfach dann schwimmend aus dem Gehege in die Freiheit geschwommen ist einfach. Das muss man auch erstmal drauf haben. Momente, die in Erinnerung bleiben, definitiv. So, jetzt noch ein bisschen glätten hier. Die sollen ja, wie gesagt, auch aus dem Wasser wieder rauskommen. Glätten, glätten, glätten. Dann brauchen wir keine Toiletten. Nicht, dass wir hier irgendwo eine Stelle haben, wo sie wieder nicht rauskommen. Dann kriegen wir wieder Schwierigkeiten hier mit... Tier ist am Verhungern. Tier kommt nicht raus. Ach ja, genau, da fällt mir noch was ein. Wir brauchen ja noch den Flegelzugang. Das habe ich ja wieder ganz vergessen. Oh Gott. Okay, dann müssen wir hier den Teil mal ein bisschen noch auf die Pflegerhöhe einebnen, glaube ich. Weil, wenn wir das hier so unterirdisch machen, müssen wir wieder so eine Trennlinie hier bauen und so. Der kommt ja wieder von unten. Dann hebe ich das jetzt hier direkt auf diese Höhe an. Dann kommt von da dann der Pfleger. Besser ist es. Glaubt mir. So, dann müssen wir jetzt natürlich wieder, weil das hier wieder rumbackt mit der Barriere, Balustraden-Ihre, müssen wir das hier wieder wegmachen. Hopp nicht, backt es nicht mit dem Weg jetzt. Okay, nee, der Weg ist scheinbar nicht das Problem. Sehr gut. Nicht so sehr, hier ein bisschen, aber es geht noch. Gut, dann wieder die Barriere zumachen. Okay. Ja, vielleicht dann hier schon so ein bisschen, warte mal. Hier so ein bisschen schon nach innen gehen, aber mit Holz. Und gerade. Ohne, ohne. Genau. Warte. Mach's da hin, genau. Und jetzt schieben wir den Penübel. Den schieben wir jetzt einfach hier hin. Wunderbar. So. Ja, so, 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 genau. Und dann machen wir hier einfach das Ganze dann so. 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 So, das müssen wir ein bisschen verschieben. Und jetzt machen wir mit Glas weiter und gehen einfach hier rein. Hervorragend. Genau. Und das muss natürlich hier ein bisschen höher sein. Na, klar. Warte. Das müssen wir ein bisschen höher ziehen. Sonst kommen die kleinen Schweinchen da raus. Hoch. Ich weiß gar nicht, wie hoch das bei Flusspferden sein muss. Wahrscheinlich gar nicht so hoch. Die springen ja nicht. Sie schwimmen nur durch. Durch die Balustrade. Genau, wunderbar. Nice. Okay, dann machen wir hier gleich den Zugang. Mache ich jetzt auch aus Holz. Was soll der Geiz? Und jetzt hoffe ich nur, dass ich da drüben dann auch... Dass ich jetzt hier dann auch runterkomme. Mit dem Weg müssen wir mal gucken. Weil sonst müssen wir das hier nochmal ein bisschen umverlegen. Pflegerzugang. Breite 4 Meter. Genau. Und dann einmal mit Tunneln bitte. Und dann runter. Ob das genug Platz ist da mit dem Weg da vorne? Noch sieht es gut aus. Okay, reicht nicht. Haha, war so klar. War so klar wieder. Okay, warte. Dann mach das hier weg. Mach das Weg. Mach mal auf 8. Mach das Weg bitte. Dann, warte. Tunneln ausmachen. Genau, dann ziehen wir das einfach hier so ein bisschen weiter nach hinten. Jetzt müsste es doch eigentlich gehen. Das müssten noch die paar Zentimeter sein. Ah, das sieht doch scheiße aus hier. Warte mal. Das kriegen wir doch noch besser hin. Mal hier jetzt einfach noch ein bisschen... Ja, es sieht ein bisschen besser aus. Sieht ein bisschen geplanter aus. Bisschen gewollter auch. Tunneln und Breite 4 Meter. Ja, dann mach es halt nicht. Dann geh halt nicht runter. Gerade nach vorne bitte. Mach mal 90 Grad, gucken wir an. Sehr gut. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo ist denn jetzt eigentlich der nächstgelegene Pflegerbereich? Der wäre wahrscheinlich hier unter dem Tempel, glaube ich. Aber wie tief? Wie tief drunter ist der? Irgendwo da unten drunter ist er. Müssen wir uns mal da irgendwie drauf zu bewegen. Auf jeden Fall aber noch ein bisschen tiefer gehen. So, jetzt hoch. Und jetzt rüber. Ich glaube so mit der Richtung... Ja, ich glaube da vorne... Sehe ich es nicht da schon? Ich gehe einfach mal geradeaus und gucke mal, wo wir lang kommen. Ich meine da vorne irgendwo müssten eigentlich die Pflegergebäude von dem Tempel des Todes sein. Von unserem Fress-Tempel. Mal schauen. Wo sind wir denn hier gerade? Geh mal raus. Ach du Scheiße. Das zeigt er mir natürlich wieder nicht. Okay, da unten. Da, da, da. Da sind wir gerade. Ja, das müsste, glaube ich, kurz davor sein. Meine ich. Das müsste kurz davor sein. Da irgendwo da hinten ist es. Genau. Okay, wenn wir jetzt einfach da geradeaus weiterbauen. Okay, hier ist blockiert. Da ist irgendwas. Da guck mal, was ist denn da? Geh runter. Genau. Was ist da? Ist da irgendwas? Ich sehe da nicht, was soll ich da sein. Vielleicht nochmal rückgängig machen. Nochmal rückgängig machen. Ich sehe halt leider nicht, was da sein soll. Vielleicht mal tiefer gehen. Mal gucken. Ich habe ja gar keine Tunnellampe an, Mensch. Hm, nee, irgendwie. Da sind sie doch. Da waren sie doch. Warte mal. Wo, wo, wo? Hier. Jetzt müssen wir nur irgendwie schauen, wie war den Weg von hier. Ah, da. Oder? Ist das das? Ach, nee. Ach, das ist das. Ah. Ich weiß, was das ist. Das ist die Schiene von dem von dem Fahrzeug hier. Von dem Jeep-Tour-Ding. Ah, shit. Okay, warte. Müssen wir da jetzt drunter durch? Warte mal. Ich muss nochmal hoch. Wo bin ich gerade? Hier bin ich. Okay. Ah. Ah. Jesus. Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht einfacher ist. Von den Gebäuden aus. Warte mal. Ich gehe mal in die Tunnel unten rein. Das ist halt leider immer der Nachteil von diesem unterirdischen Gebäuden. Man muss halt immer erst mal schauen, wie das nochmal genau ausgerichtet war. Ja, genau. Warte mal. Wenn ich jetzt einfach von hier... Ja, wenn ich da... Von da, genau. Wenn wir da jetzt einfach... Bleib oben. Bleib oben. Warte. Mach mal erstmal... Platzieren wir erstmal frei. Wenn wir jetzt hier einfach weiter gehen. Und dann so schräg nach hinten. Bisschen tiefer. Bisschen erstmal da unter den... Unter den Schienen durch. Ah, guck mal. Ja, das ist es hier. Okay. Ja, ist doch gut. Warte mal. Dann muss ich jetzt da rüber. Ich bin der Super-Dunnler hier. Warte mal. Geh mal da vorne ran. Genau. Und jetzt... Jetzt drehst du einfach. Ja. Und du gehst jetzt hoch. Ja. Nice. Wie wir das hier immer hinkriegen, meine lieben Freunde. Denn hier haben wir nämlich alle Einrichtungen, die wir brauchen. Das ist gut. Und der Weg ist gar nicht so weit eigentlich. Wenn ich mir das jetzt... Naja, doch schon. Irgendwie schon, aber... Geht irgendwie noch. Genau. Hier ist dann das Schlusspferdgehege. Wunderschön. So, jetzt nochmal Wasser reinfüllen. Gelände. Wie hoch können wir denn da jetzt... Ja, das ist doch gut. Hier ist vielleicht ein bisschen... Warte mal. Hier müssen wir mal ein bisschen steiler machen. Ein bisschen hier nochmal... Nicht so. Genau. Machen wir es mal so. Ja, vielleicht doch ein bisschen... Bisschen noch krasser. Genau. Ein bisschen in Überhang halt, ne? Damit die da nicht so... In die Verlegenheit kommen... Rauszulaufen. Genau. Ich weiß nicht, wie... Wie gut die da rausklettern können. Das müssen wir mal checken. So, nochmal Wasser, bitte. Jetzt muss ich erstmal das Gehege abchecken, ob das so geht. Sieht aber gut aus. Man kann ja zur Not dann noch Felsen auch ranrandsetzen, wenn die irgendwo rauskommen. Aber das ist ein schönes Gehege eigentlich. Und jetzt haben wir hier auch ein bisschen mehr noch Wasserlinie. Ist die Sicht besser für die Besucher. Genau. Und von hier oben... Haben sie eh einen schönen Blick auf die Tiere. Genau. Wunderbar. Meine lieben Freunde. Wunderbar. Haha. So, jetzt bauen wir uns noch einen schönen Unterschlupf. Moment. Da will ich jetzt nochmal gucken. Baupläne. Ne. Wir nehmen keinen vorgefertigten. Aber das soll... Obwohl, warte mal. Afrikanisch Rückzugsort klein. Afrikanisch Rückzugsort mittel. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber mit dem Stroh so oben. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich würde es schon so ähnlich bauen, tatsächlich. Auch so mit den Stämmen. Das finde ich eigentlich ganz nice. Ach komm, lasst uns den benutzen. Der ist irgendwie schön. Ich weiß auch nicht. Ist zumindest besser als diese vordefinierten. Bauen wir den jetzt hier hinten hin? Es wäre natürlich schon irgendwie nice, wenn die sich auch ein bisschen durchs Gehege bewegen müssen. Also wenn wir hier hinten die Schlafmöglichkeiten bauen. Aber die Essen- und Trinkmöglichkeiten eher da hinten hin. Und die Spielmöglichkeiten vielleicht eher so dahin, wo es Wasser ist. Dass sie so ein bisschen sich bewegen müssen. Dass wir sie dazu zwingen, sich zu bewegen. Okay, dann machen wir mal die Filter an. Art. Und sagen mal Flusspferd. Genau, das wäre dann. Und dann machen wir, weil es ja viele Flusspferde sind. Machen wir hier gleich mal zwei Futterstellen hin. Genau, Futterspenderfässer und so. Das machen wir alles hier hin. Diese Reiben, genau, Reibesäule und so. Die kommt eher dann so hier hin. Und hier hin. Auch die Sprinkler und so. Die kommen eher hier hin. Und hier hin. Gut, Wasser und so. Das möchte ich dann schon ein bisschen näher. Also ein bisschen mehr verteilen. Dass die wirklich überall trinken können. Dass sie nicht, wenn sie da hinten sind, um zu fressen. Dann da auf dem Weg dahin verdursten. Weil sie hier wieder hierher zurück müssen. Wegen Wasser oder so. Also, dass wir hier wirklich den überall Wasser hinstellen. Ich meine gut, sie könnten auch aus dem Wasser trinken, theoretisch. Aber egal. So genau, dann haben wir hier noch diesen Kegel. Den stellen wir denen auch hier hin. Und auch nochmal hier einen hin. Ins Wasser kann ich den ja nicht stellen, oder? Oder kann ich den auch ins Wasser stellen? Ne, der schwimmt ja dann. Glaube ich. Aber es geht nicht. Genau. Dann noch eine extra große Schlafmöglichkeit. Oder vielleicht lieber noch eine große. Können die da überhaupt rein? Sieht irgendwie so klein aus. Ich weiß auch nicht. Aber an sich. Zählen Flusspferde schon als groß? Weiß es nicht. Na gut, aber da haben wir doch jetzt schon mal... Ne, alles Nötige. Dann würde ich jetzt noch einen Arbeitsbereich definieren auf jeden Fall. Und hier noch Mitarbeiter einstellen. Ist auch noch wichtig. Die brauchen wir auch. So. Mitarbeiter. Erstmal einen Tierpfleger. Dann noch einen Techniker. Genau. So. Und der Tierpfleger kriegt einen neuen Arbeitsbereich. Und zwar nennen wir diesen Arbeitsbereich Nielpferdgehege. Oder Flusspferd. Flusspferdgehege. Da soll schon nur einer oder zwei dafür zuständig sein maximal. Genau. Und dann nehmen wir in den Arbeitsbereich aber auch noch... Oh, warte. Jetzt habe ich das nicht gespeichert. Flusspferdgehege. Enter muss ich drücken. Sonst wird das nicht übernommen. Genau. Und dann nehmen wir noch die Gebäude hier drüben mit rein. Dann kann der da nämlich sich sein Zeug holen. Genau. Korrekt. Geld hat er jetzt schon gegeben. Ne? Und hier eher das gleiche. Du repairst Habitat Wall. Einrichtung. Keine Technikforschung. Keine Probleme bei Fahrgeschäften. Keine Vandalismusfälle und keine Inspektionen. Und du kriegst den Arbeitsbereich... Wo ist es? Flusspferdgehege. Genau. Und am besten noch einen Tierarzt. Weil die Flusspferde sind schon recht zahlreich. So. Keine Veterinärforschung. Kein Tierbehandeln. Tier transportieren. Genau. Und du kriegst auch wieder Flusspferdgehege als Arbeitsplatz. Und dann am besten, komm, noch ein Tierpfleger. Das Flusspferdgehege ist groß. Wir stellen mal einen ein, der nur... Der nur Kacke beseitigt. Hier, gib mal noch Geld. Genau. Du machst mal nur Gehege reinigen und nichts anderes. Und du gehst auch ins Flusspferdgehege, weil die Flusspferde kacken erfahrungsgemäß richtig doll. Und dann würde ich sagen, noch einen Zoopfleger, einen normalen, der nur fürs Transportieren zuständig ist. Tiere transportieren. Genau. Wunderschön. Wie sie gleich alle rennen hier. Wahnsinn. Kann sie sich nicht bewegen hier? Kein erreichbares... Das stimmt nicht. Nein, was ist jetzt los? Bitte sag mir nicht, das ist jetzt... Alter, das war gerade ein Freeze ohne Ende. Okay, egal. Vielleicht sollte ich mal speichern. Einfach mal so aus Sicherheitsgründen. Genau. Wunderbar. Und jetzt Play. Jetzt bewegen sie sich. Gut. Okay, dann Tiere rein. Unsere Flusspferde, die wollen da rein. Chippo. Komm schon. Tu es. Gehege 24. Genau. Chippo. Dann... Hashim. Oder Hashim. Und Adisa. Salama. Salami würde mir lieber gefallen, ehrlich gesagt. Was? Traumjob? Scheiße Schipper oder was? Ja, natürlich. Hallo? Insbesondere, wenn ihr scheiße von kleinen Babytieren wegmachen könnt. Das wäre voll der Traumjob. I shit you not. I shit you not vor allem. Herrlich wäre das. Also ganz ehrlich, wenn ich in einem... In so einem Panda-Zucht-Zentrum zum Beispiel Kacke wegmachen dürfte, wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden. Wenn ich dann dafür noch Geld bekomme. Warte mal, das Zebra... Will ich hier reinpacken. Das wäre so super. Würde ich freiwillig machen auf jeden Fall. Eigentlich müsste man dafür noch Geld zahlen. Dass man das darf. Dass man von kleinen Panda-Babys Kacke wegmachen darf. Ohne Witz, ne? Müsste echt so sein. Müsste einfach so sein. Müsste einfach so ein Gesetz geben. Alle, die die Kacke von Panda-Babys wegmachen dürfen, müssen Geld bezahlen. Das wäre doch was für den Tourismus auch. Touristen einfach die Scheiße von den Panda-Babys wegmachen lassen. Hier, zwei Gegenstände für eine Tierart. Warte mal, haben wir da jetzt besseres Futter für die Elefanten? Warte mal, warte mal, warte mal. Indische Elefanten haben wir jetzt hier. Wir haben ein besseres Futter, glaube ich, für die jetzt gekriegt. Muss ich mal gucken. Mal kurz gucken. Genau, hier Gehege. Gehegeinhalt. Immer noch Stufe 1. Scheiße, okay. Na gut, da muss die Forschung halt weitergehen, ne? Hilft alles nix. Die Forschung bei indischen Elefanten, die läuft ja noch, oder? Ja, die läuft noch. Aber was genau konkret haben wir denn da jetzt bekommen? Bei den indischen Elefanten. Muss ich jetzt mal nachgucken direkt. Wo sind sie denn jetzt wieder? Ah, Alphabet, da. I, unter I. Heu, haben wir bekommen. Kegel haben wir bekommen. Ach, Kegel. Fußball. Warte mal. Muss mal, ich muss wohl doch mal nochmal hier. Muss mal nochmal gucken hier. Fluss fährt raus. Indischer Elefant rein. Nein. Soll das der große Fußball sein? Kann man den eigentlich einfärben? Ne. Ach, was, was? Dann geben wir denen jetzt einfach hier den Fußball noch. Warum ist da eine Kiste im Elefantengehege? Was soll das? Nein! Hahaha. So doch nicht. Goddammit. Doch nicht an die Wand. So ein Quatsch. Genau. Und dann hier noch den Kegel. Genau. Beenden. Warum ist denn da eine Kiste? Was soll denn der im Fahne-Wahnsinn hier? Alle Tiere aus Transportbox holen. Ist wieder Boxenstopp gewesen heute. Was? Rolf schon wieder. Stopp. Wie ist der denn jetzt wieder rausgekommen? Ich raste raus. Ach. Und dass immer diese Wiki mit aufgeht, wenn man da drauf klickt. Hier jetzt. Wo denn? Kein Ziel. Hä? Wesley. Ne. Welsi. Welsi ist entkommen. Ich bin überhaupt nicht. Die ist verpackt. Und in der Kiste. Wahrscheinlich ist er erwachsen geworden. Im ungünstigen Moment. Müssen wir sie mal kurz wegpacken. Und dann wieder reinlotsen. Verlegen wir sie mal. Wieder ins Gehege. Offensichtlich ist sie ja nicht mehr entkommen jetzt. Haben wir wieder Welpen eigentlich? Was ist denn hier los? Emma. Schläft ja einfach draußen. Oh. Oh. Die Wölfe sind schon auch echt knuffig. Muss man mal sagen. Ist schon echt nice. Ich bin enttäuscht, Spielberg, dass du noch keine tausend Felsen ins Gehege platziert hast. Ja. Irgendwie schon, ne? Eigentlich fehlen die noch so ein bisschen. Aber wir sind ja noch nicht fertig beim Flusspferdgehege. Ja. Da kommt ja noch ein bisschen was. Es geht ja noch weiter. Oh. Ich habe den Wolf aufgeweckt. Tut mir leid, Wolf. Tut mir leid, Wolf. Ich wollte dich nicht wecken. Oh. Sie haben einen Kadaver gekriegt. Kein Wunder, dass er aufgewacht ist. Lecker Kadaver fressen. Jetzt gibt es erstmal Keilerei, wa? Ja, jetzt gibt es erstmal Keile. Hört auf, euch zu streiten. Nein. Aus. Pfui. Pfui, Pfui. Pfui. Oh, oh. Nein, 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 nein. Das ist böse. Aus. Oh, Alter. Die beißen sich ja richtig, wirklich richtig ans Gesicht. Junge, Junge, äh. Aber nicht verletzt, oder? Nee. Der Kampf lief ohne Verletzung ab. Alpha-Weibchen. Maslün ist Alpha-Weibchen. Sie ist zu jung hier wahrscheinlich. Shippo ist im Zoo angekommen. Juhu. Juhu. Shippo ist durstig. Shippo ist durstig. Ja, da ist Wasser genauer. Brava, Shippo. Brava, Shippo. Einrichtung ist ausgefallen. Was? Ach, egal. So wichtig kann das nicht sein, wenn es ausgefallen ist. Warum ist das Zebra verletzt? Kämpfen die Zebras auch um die Vorherrschaft? Die Zebras kämpfen um die Vorherrschaft. Okay, warte. Ich wollte jetzt nochmal rüber. Ich wollte jetzt erstmal gucken, bevor ich jetzt irgendwas anderes anfange. Ob es dem Flusspferd erstmal so an sich gut geht. Nein, tut es nicht. Wir brauchen mehr Erde und mehr, nein, weniger langes Gras. Dann gibt es jetzt hier, wo sie spielen und so. Machen wir jetzt einfach mal weniger langes Gras. Und hier, wo sie schlafen auch. Was wollen die eigentlich für Pflanzen haben? Kaum welche. Eher aquatische Pflanzen. Aquatische Pflanzen aus Afrika. Dann machen wir das mal. Aquatische Pflanzen aus Afrika. Afrikanisch. Naja, aquatisch kann ich ja nicht filtern, lustigerweise. Aber das sind wahrscheinlich die Schilfrohrstauden. Die hier nicht aufgelistet werden, lol. Ist euer Ernst oder was? Na okay, dann eben Papyrus. Dann eben teilt der Papyrus. Warte mal, ich will das nicht so krass neigen. Ja, ich will das lieber eher so haben. Da müssen wir ja wahnsinnig aufpassen wieder, dass wir denen nicht so viel Pflanzliches ins Gehege stellen. Die wollen ja gar nicht so viel haben eigentlich. Wir sind ja da eigentlich eher so, dass sie da gar nicht so viel haben wollen. Gehen wir mal noch ein bisschen was rein. Boah, warum nicht? Was für Bäume wollen sie denn eigentlich hier so? Haken, Dorn, Akazie. Ach ja, die Dinger. Ja gut, da können wir mal was Größeres nehmen an sich. Aber so große gibt es da gar nicht, merke ich gerade. Was ist denn hier mit Mangroven und so diesen typischen Flusspflanzen? Ist auch nix hier. Was ist denn das, ey? Echter Papyrus. Hier so ein paar Pflänzchen. Baum fahren. Dann können wir da so ein bisschen drumrum drapieren. Nicht so weit da rein. Nicht so weit in die Wand, das ist nicht gewollt. Vielleicht auch eher mal sowas. Ja, war gar nicht schlecht eigentlich. Gut, da haben wir jetzt nicht so viel Auswahl bei den Pluspferden irgendwie. Vielleicht irgendwas Größeres mal so ein bisschen hier. Ja, das nimmt halt so wahnsinnig die Sicht dieser Baum, ne? Ja, vielleicht hier so hinten. Hinter dem Haus so. Ist doch ganz schön eigentlich. Und vielleicht, wenn es die Sicht nimmt, können wir es ja hier hinten aufstellen eigentlich. So hier so, dass man das nicht sieht hier. Das Drama. Genau, dass wir die einfach da hinsetzen. Ja, und vielleicht so als Wasserpflanzen einfach noch so ein bisschen, so ein bisschen Efeu ranken da rein. Aber, ja, warte mal, da müsste man eher den großen Efeu nehmen, der sich so ein bisschen so entlang rankt. Da ist es ein bisschen klein. Finde ich. Besonders gut sieht man es jetzt auch nicht. Ich glaube, das mache ich mal in einer ruhigen Minute vielleicht nochmal. Wobei, so viel Zeit ist ja eh nicht mehr in der Beta. Ja, aber darf ich mal sagen, wie cool das aussieht, wenn man das jetzt hier von hier oben so betrachtet. Irgendwie sieht das schon sehr nice aus. Jetzt muss man natürlich sich da noch ein bisschen Felsen so denken, so an der Uferlinie teilweise auch. Aber ist schon irgendwie nice. Kann man nicht noch irgendwie einen Filter dazu nehmen? Kann ich nicht noch irgendwie... Es muss doch irgendwo... Muss es doch noch die Schilfrohrpflanzen geben. Die will ich mit drin haben. Warte mal, vielleicht bei Asiatisch. Ich will zumindest mal schauen, ob die... Ob die das akzeptieren oder nicht. Wo sind denn noch... Die Mangroven sind auch nicht da. Wo sind die denn? Hier. Küstenmangrove. Genau, jetzt will ich mal gucken. Akzeptieren die Flusspferde die Küstenmangrove? Ja. Akzeptieren sie. Was ist denn hier? Der Bergahorn. Den akzeptieren sie irgendwie nicht so. Warum wird der mir denn dann mit aufgelistet? Den Baumfaden akzeptieren sie auch nicht. Schon irgendwie komisch alles. Naja gut, warte. Dann machen wir jetzt hier noch ein paar mehr Mangroven. Mangroven scheinen ja cool zu sein. Das finden sie ja gut. Ich meine, das sind ja auch die typischen Wasserpflanzen eigentlich, Mangroven so. Die findet man ja normalerweise auch an solchen Uferlinien, wo es auch Flusspferde gibt, meine ich tatsächlich auch. Deswegen bin ich da etwas irritiert, dass Mangroven nicht gehen. Weil irgendwelche Wasserpflanzen muss es ja geben eigentlich so. Irgendwelche muss man ja platzieren können dürfen. Und die haben ja auch hier die Eigenschaft Wasserpflanze, die Mangroven. Also wenn die nicht gehen, ne, dann weiß ich es ja auch nicht. Ich finde das halt so schön, wenn man dann so diese Wurzeln von den Mangroven so sieht auch. Die die so ein bisschen ins Wasser reinragen. So, wir müssen aber schon tatsächlich ein bisschen aufpassen. Weil so viel dürfen wir schon gar nicht mehr. Ja, bei den Flusspferden, wie gesagt, die wollen nicht so viel. Warte mal, das ist ein bisschen doof. Das haben wir jetzt hier ein bisschen weit hoch gesetzt. Das ist hier aber auch eigentlich schon fast ein bisschen zu steil da vorne. Dann lieber nochmal ein Stück vorziehen hier. Genau. Ähm, ja, Schilf möchte ich gerne noch. Wo ist denn Schilf? Ist das bei Europa mit drin irgendwie? Oder bei Nordamerika? Was ist denn bei Ozeanisch dabei? Weil ich will Schilfrohr da reinstellen. Hier ist es doch. Mal sehen, ob, äh, akzeptieren die das? Da bin ich jetzt mal gespannt, ey. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Es sind Wasserpflanzen. Schilfrohrstaunen. Es sind Wasserpflanzen. Nee, das wollen sie gar nicht haben. Rohrkolben wollen sie nicht haben. Dann weg damit. Dann, dann hilft das nichts. Dann müssen wir den rausnehmen. Wenn sie es nicht wollen, wollen sie es nicht. Vielleicht noch ein bisschen was Toteres hier. Was ist denn mit... Was ist das denn? Wo die Jäta? Ach, Palmen. Die habe ich noch gar nicht platziert. Mögt ihr die? Mögt ihr die Palmen? Wo die Jäta? Nee. Also alles, was aus Europa und Ozeanien kommt, mögen sie gar nicht, tatsächlich. Da sind sie irgendwie nicht gut drauf zu sprechen. Okay, dann nehmen wir die wieder weg halt. Dann lassen wir die erstmal raus. Dann lassen wir erstmal nur das drin, was wir jetzt haben. Aber immerhin die Mangroven gehen. Wenigstens etwas. So. Dann lasse ich mal die Zeit laufen, meine lieben Freunde. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Genau. Äh, was ist noch nicht so gut? Sozialverhalten. Ja gut, da kommen ja noch welche. Ernährung. Genau, warte mal. Können wir denen noch ein besseres Futter irgendwie zufällig ins Gehege geben? Nee, da müssen wir forschen wieder. Genau. Dann lasse ich mal die Zeit laufen. Haben wir denn schon wieder eine Veterinärforschung irgendwie bekommen? Oh, wie es wieder freest, wenn man die... Wenn man Play drückt. Äh, unglaublich. Unglaublich. Aha, okay. Äh, was weiß ich jetzt genau? Veterinärforschung? Nee. Die Pfauen sind auch gerade mal auf Stufe 1 immer noch die Forschung. Meine Güte, ey. Ein Warzenschwein ist gestorben. So, dann beobachten wir mal unser Flusspferd. Da müssten ja gleich noch ein paar mehr kommen. Hehe. Wir haben wieder Flusspferde. Also ich bin mal gespannt, ob die irgendwo rauskommen aus dem Gehege. Bin ich mal echt mega gespannt jetzt. Ja, da ist noch eins. Das zweite Flusspferd. Sauber. Wasseraufbereitung nicht vergessen. Naja, stimmt. Die machen wir dann einfach unten drunter. Das passt schon. Wir haben ja da jetzt einen Tunnel. Da können wir die ja einfach ranbauen. Das dauert ja ein bisschen, bis das Wasser schmutzig wird. Wir sind ja da nicht unter Zeitdruck. Außerdem gibt es eh noch keine Krankheiten. Ja, guckt mal. Sie laufen unter Wasser. Genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, der andere kommt auch gleich dazu. Sauber. Ja, schön zum Fenster. Genau. Dann können euch die Leute gucken. Nein, nicht rausgehen. Nicht wieder rausgehen. Nein. Nein. Bleibst du drin? Mach es wie dein Kollege. Ach, du dickes Gerät. Du willst es nicht hören. Kann einfach nicht wahr sein. Hier. Ich will sehen, wie sich die Fettmassen unter Wasser bewegen. Jawohl. Wie beim Gesundheitsschwimmen. Sehr schön. Juhu. Fluss im Pferde. Oder Pferd im Fluss. Na, guck mal. Da sind die Mangroven. Das sieht doch ganz anders aus auch gleich, wenn man die so von unter Wasser sehen kann. Da kommen sie raus. Jetzt sind sie nass. Höhö. verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos auch zu Planet Zoo, aber auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann geht es weiter in der nächsten Folge Planet Zoo im Franchise-Modus der Beta. Bis dann. Ciao, ciao. Ach komm. Ach komm. hmmm